Robin, du bist seit drei Monaten bei der Eintracht. Wie gefällt es dir bei uns? Bisher gefällt es mir echt gut. Ich kann das ganze Umfeld ja schon, weil ich aus Wolfsburg komme. Die Stadt ist eine sehr schöne Stadt, deswegen bin ich auch nach Braunschweig gezogen, weil ich auch keine weiten Wege zum Training haben wollte. Ich wurde von der Mannschaft super aufgenommen. Das hat mir gut geholfen, hier einen super Start zu haben und ich hoffe, dass es so weitergeht. Du hast es gerade angesprochen, du kommst gebürtig aus Wolfsburg. Hat das auch eine Rolle gespielt bei dem Wechsel, die Nähe zur Heimat? Ich würde sagen, nein. Das hat sich einfach so ergeben und für mich war das Glück, dass es jetzt nicht weit weg war. Deswegen ist es für mich umso besser. Du hast zuvor 53 Mal in der Regionalliga gespielt. Wie unterscheidet sich die Regionalliga von der dritten Liga? Was sind da so die markantesten Merkmale oder Unterschiede? Ich würde sagen, dass es in der dritten Liga noch mehr zur Sache geht, dass es noch mehr körperbetont ist. Allgemein, das Tempo ist auch noch mal ein bisschen was anderes. Alles noch mal ein bisschen schneller. Man muss sich schneller entscheiden, was man macht. Das ist dann der Unterschied zur Regionalliga. Du hast jetzt sechs Mal in der Startelf gestanden. Wie zufrieden bist du mit deinem persönlichen Saisonverlauf seit deinem Wechsel hierher? Ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Klar brauche ich erst mal eine Zeit, bis ich mich hier einfinde und dementsprechend habe ich Gas gegeben. Ich denke, wurde dann auch belohnt mit meinen Einsatzzeiten und ich habe dann mein Bestmögliches gegeben, wenn ich gespielt habe und ich hoffe, dass es dann auch so weitergeht. Christian Flüthmann, unser Trainer ist sehr variabel in seiner Ausrichtung. Dreierkette, Viererkette. Was bevorzugst du persönlich? Womit fühlst du dich persönlich am wohlsten? Schwierige Frage. Ich denke, das kommt immer ganz auf den Gegner drauf an, ob man jetzt mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette spielt. Für mich persönlich ist es mir eigentlich egal, weil ich denke, wie gesagt, man muss auf den Gegner darauf achten, wie die spielen, wie viel Stürmer die spielen und dementsprechend wollen wir dann das bestmögliche Mittel dagegen finden. Wo siehst du deine persönlichen Stärken auf dem Platz? Was zeichnet dich besonders aus? Ich bin auf jeden Fall ein Mentalitätsspieler. Ich komme über meine Zweikampfstärke, komme über meine Mentalität und versuche mich dann in jeden Zweikampf rein zu hauen. Ansonsten versuche ich, die Mannschaft immer zu motivieren, mitzunehmen und ich denke, das sind so meine großen Stärken. Blicken wir mal auf den Saisonverlauf. Der Saisonstart war sensationell gut mit sechs Siegen aus sieben Spielen. Zuletzt hakte es so ein bisschen, gerade, was die Punkte oder vor allem, was die Punkteausbeute angeht. Es gab vor zwei Wochen die erste Auswärtsniederlage bei Bayern 2. Welche Erkenntnisse konntet ihr aus dem Spiel gewinnen? Aus solchen Spielen kann man natürlich sehen, woran es noch hapert. Wir haben guten Fußball gespielt, leider die Tore nicht gemacht, so wie die Spiele davor und deswegen müssen wir halt wieder darauf achten, dass wir unsere Chancen auch nutzen. Wir haben die gut rausgespielt, wie man auch in München gesehen hat. Bloß, wir haben es leider nicht belohnt und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass wir die Tore wieder machen, so wie in den Spielen davor. Wie gesagt, einfach weiter Gas geben, die Fehler besser machen und dann wird es auch wieder. Zuletzt war Länderspielpause. Der Ball in der dritten Liga-Route zumindest. Hier war der HSV zu Gast. 2 zu 2 hieß es am Ende gegen den ehemaligen Bundesliga-Dino. Wie wichtig sind solche Testspiele für euch gegen auch, zumindest, namhafte Gegner, höherklassige Gegner? Was ist wichtig an solchen Testspielen für euch? Für uns persönlich ist natürlich wichtig, woran wir gerade stehen, auf welchem Stand wir gerade sind. Und solche Spiele sind für uns enorm wichtig, damit wir einfach wissen, woran wir noch arbeiten müssen, was wir besser machen können, auch gegen bessere Gegner. Dementsprechend haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Mit dem 2-2 gegen den HSV kann man auf jeden Fall zufrieden sein und daran müssen wir anknüpfen. Super Tor von Leo Putaro. Wir hätten nichts dagegen, wenn er den am Wochenende noch mal so macht. Der Spitzenreiter Unterhaching ist am Samstag zu Gast hier an der Hamburger Straße. Was erwartest du für ein Spiel? Ich denke, das Spiel wird sehr, sehr ausgeglichen sein. Dann scheiden die Kleinigkeiten, wo man kleine Fehler macht, ob der Gegner oder wir die dann ausnutzen. Ich hoffe, die drei Punkte hier bleiben. Ich denke, ihr und auch die Fans von den Rängen werden alles dafür geben. Vielen Dank, Robin. Vielen Dank, Robin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.